Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem Video geht es weniger ums Größten, sondern wie ihr schon am Titel sehen könnt, hat es etwas mit Fortnite zu tun und zwar werde ich die neuen Fortnite-Tänze nachmachen. Seit der vierten Saison gibt es wieder mal fünf neue Tänze und ich habe mir gedacht, ich mache mal alle fünf Stück nach. Und wie dem auch sei, viel Spaß beim Zuschauen. Eine kleine Warnung habe ich doch, ich kann überhaupt nicht tanzen. Aua in Justice! Der Pfeil Kurvijell Bevor es weiter geht, noch eine wichtige Mitteilung. Respekt! So, als letztes Popcorn. Nur leider habe ich kein Popcorn hier, sondern hier muss mein Topf voll kalt zerrissenen Brot aushelfen. So, als letztes Popcorn. So, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch haben die Tänze soweit gefallen und wie ihr sehen könnt, ich kann überhaupt nicht tanzen. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.